Hey Leute, das ist die Zeichnung, an der ich gerade arbeite. Ich wollte sie euch mal zeigen. Das hier wird ein zerrissener Fuffi. Ich blende euch mal das Bild ein. So soll das am Ende aussehen. Für diesen Teil habe ich so ziemlich jede Buntstiftmarke benutzt, die ich besitze. Und ich habe bestimmt sechs Stunden nur an dieser kleinen Ecke schon gesessen. Auf jeden Fall ist die Vorlage entstanden, als Pan, mein kleiner Hund, ne, klein ist er nicht, Geld aus meinem Portemonnaie geklaut hat und den zerrissen hat. Und ich wollte ihn wieder zusammenkleben. Aber dachte, ey, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Vorlage. Also habe ich ein Foto vorher gemacht, den dann zusammengeklebt und dann zur Bank gebracht. Und dann hatte ich wieder einen normalen Fuffi. Aber ja, so sah der kurz mal aus.